A, O, E, A, E, A, E! Und ist der Sieg an unser Sinnfreund und er für uns alle bestellt. Ein jeder Gegner wird uns natürlich schlagen, er kann's versuchen, er darf es ruhig wagen. Doch sieht derjet nicht, dass 100.000 Freuden zusammenstehen. Ja, Fußball ist unser Leben, der König, Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles bis dann, ein Tor nach dem anderen fällt. Ja, einer für alle, alle für einen, wir halten fest zusammen. Und ist der Sieg, dann unser Sieg, Volk und der für uns alle bestellt. Ja, Fußball ist unser Leben, der König, Fußball ist unser Leben, der König, Fußball ist unser Leben. Ja, Fußball ist unser Leben, der König, Fußball ist unser Leben, der König, Fußball ist unser Leben. Doch schön ist der Lohn, wenn hunderttausend Freunde zusammenstehen. Ja, Fußball ist unser Leben, der König, Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles bis dann, ein Tor nach dem anderen fällt. Ja, einer für alle, alle für einen, wir halten fest zusammen. Und ist der Sieg, dann unser Sieg, Volk und der für uns alle bestellt. Und ist der Sieg, dann unser Sieg, Volk und der für uns alle bestellt. Und ist der Sieg, von Rudolf, so ein Kreidlein. Rudolf, hier ist dein, hier bist du ausgestellt. Und das Tagebuch auch von dir, das Tagebuch ist auch da. Dein Tagebuch. Warum haben Sie denn damals den Anzug selber genäht? Was war denn da? Ich habe, meine Schüsse, die Kleine, haben wir immer selbst genäht. Ich habe keine von der Familie gekauft. Ich denke, es ist auch kein, es ist ein Ungefühlen, der es mit Blattmann hat gewesen. Ich habe es nicht, ich habe es nicht, ich habe es nicht, ich habe es nicht. Ich habe es nicht, ich habe es nicht, ich habe es nicht. Ich habe es nicht, ich habe es nicht. Dürfen Erwachsene auch rein? Natürlich. Wow. Guck mal. Da sitzt sonst die Nationalmannschaft. Hier immer so ein Mercedes. Überall Mercedes, stimmt. Beste Ausstattung für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Hinten können Sie Karten spielen. Guck, da haben Sie schöne Tischchen, zum Karten spielen. Toll, gell? Da sitzen sonst die deutschen Fußballnationalspieler, gell? Ja. Hinten können Sie das gut? Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020